Was geht ihr denn? Einfach auf der Seite draussen, dreht ihr ihm nach. Einfach auf der Seite, nehmt ihr ihn. Das Bild ist genial. Wenn es mit der Höhe ist, sind wir auf der Türe zu fliegen. Schau eigentlich, wie es das ist. Ja, ich schau nach dem Kapitän. So, jetzt fang ich nochmal auf den Haufen. Ah! Ah, dann. Das ist auch ein Bispo. Ja, ja. Ja, das machen wir das. Kannst du eine stabile Fluglacht bringen? Warte, schau, das ist ja bei der Optik. Die Optik ist ja nicht ein geträumtes Fleck. Ist es gut? Ja, auf. Da hast du nicht mehr den Griff. Ja. Du musst doch mal den Griff haben. Nein, wir haben alles im Griff. Echt? Wirst du schauen? Ja. Ja. Geht das eine Rolle in einer Richtung? Ja. Du fliegst jetzt wieder Richtung Ullmütz. Ja. Jetzt fliege ich mal Richtung Ullmütz. Kannst du da mal etwas tiefer? Dann werde ich mal etwas brechen. Ist gut? Ja. Jetzt jammerst du schon. Jetzt fliege ich mal. Ja. Jetzt komm ich an. Es wird still. Äh. Weisst du, was du machst? Beim Bild. Hast du noch ein Bild? Ja, ein Bild. Ah, ok. Ja, wunderbar. Das ist schon ein guter Trecker. Jetzt fliegen wir über den Schubladen. Ja. Dann gehe ich rechts mal. In dieser Höhe Richtung Ullmütz. Jetzt fliege ich über die Grütze. Ich sehe dich. Jetzt müssen wir schauen, ob ich den Bär die Hütte finde. Hehehe. Jetzt bin ich über den Horn. Da kann ich richtig hornen. Ich würde einfach schauen. Ich habe eine Höhe gewünscht. Und da über den Hocken dann noch etwas zurückbekommen wird. Das ist schwierig. Ja, also. Ja, muss ich sehen. Achtung, jetzt habe ich einen drunter unter dem Horn. Welche Hütte ist das Bär? Du kennst dich aus. Schau, du willst eine Oberschere. Ja. Das alte Schulhaus dort. Ja, genau. Hehehe. Ja, bereit. Ich habe schon eine richtige Schere. Jetzt komme ich mal zurück. Spülkoll, ist das noch gut? Tipptopp. Jetzt ist er rausgekommen. Ja, gut. Jetzt komme ich schon eine richtige Schere. Jetzt gehen wir über die Hälfte. Jetzt kann ich die Hälfte vorne. Schau. Schau, ich kann dort richtig Hühnerkäer. Hehehe. Ja, hier ist der Hühnerkäer untereinander. Der Schmuck. Ja. Jetzt gehen wir richtig Halt. So, jetzt wird das Bild schlecht. Ja, das ist schön, ich bin zu tief dort. Ja, ich mache ein bisschen hoher. Hörst du ein Bild? Ja. Ja. Ja, du bist auch durch den Hälfte. Ja. Hörst du ein Bild? Ja. Hörst du ein Bild? Ja. Wo ist er? Wo ist er? Da zwischendrin, komm ich wieder nachher. Komm ich nach vorne? Ja, wenn du nicht noch ein bisschen hoher gehst, hast du nicht hin. Ja. Jetzt kannst du gerade ausfliegen fast. Oder hättest du können. Jetzt fliegst du gegen die Berge da. Ja, da kann ich eben. Du bist nicht verloren, ich weiss nicht mehr wo ich bin. Also, du gehst ein stabile Fluglag. Jetzt ist wieder Omitz-Bike. Dann kommen wir nicht zu uns, he? Jetzt gehst du noch etwas gegen links. Dann musst du noch mehr drehen, dann kommst du uns. Und jetzt gleich aus, gleich aus, gleich aus, gleich aus. Jetzt. Ja, genau so fliegst du genau auf uns zu. Also, sagst du den anderen. Aber jetzt fliegst du schon über uns, oder? Nein, wir fangen schon über Scherli. Ich komme an, noch nicht zum Landen. Ich geh jetzt an. Weisst du, ob du bist? Jetzt habe ich die Orientierung. Dann kommen wir von hinten vorne landen. Ja, von hinten. Ach, toll. Aber dann sagst du... Dann sagst du den Drechel, die soll auf und glüber schauen. Hier kannst du noch etwas schauen. Ja, nicht, dass sie eine Beine haben. Kannst du das? Ja, den kannst du einfach so hängen, irgendwie. Ja, jetzt, wo du nötig hast, dann bekommst du irgendwo. Ähm, komm. Wo bist du? Ah, du kommst jetzt langsam auf uns zu. Jetzt kann man noch etwas nach hinten gehen. Oder ist es sofort? Nein, nein, ich komme jetzt hier. Hey, warte, ich habe die Lippen. Oh, schau. Jetzt komm es rein. Nein, nein, nein. Ich komme jetzt hier vorne. Ich komme zu uns. Ja, vom Schärliwald komme ich. In der Strasse komme ich. Ich sehe, nein, ja. Ich komme, nein. Ja, ja. Ich muss noch mal nach hinten rausholen. Wenn du jetzt eintragen kannst, dann bringst du es schon runter. Also drehen. Seidst du denn, sie sollen ein wenig schauen? Ja, ist gut. So, jetzt ist etwa die Achse vom Feld. Wo bin ich? Hinten der Strasse. Ja, aber wo die mehr Achse hat, ist die. Gut, rechts, links, links, links. Jetzt kommst du genau auf uns hier. Jetzt kommst du genau über uns. Nicht zu tief hier. Jetzt kannst du landen. Und schon ist er am Boden.